Hallo, ihr sucht ein Stück Portugal weit ab vom Tourismus? Ja, dann seid ihr bei mir genau richtig. Mein Name ist Uwe Schemjonek, ich lebe seit 1993 permanent an der Algarve und biete meine Dienste als euer deutscher Wanderführer für die Algarve an. Ich organisiere ganze Wanderwochen, biete individuelle Führungen oder aber auch einzelne Tageswanderungen an. Eben alles rund ums Wandern. Wenn du mit einer Gruppe naturinteressierter Menschen an die Algarve kommen möchtest, dann freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam ein passendes Programm für deine Gruppe zusammenzustellen. Heute geht es um eine ausgiebige Wanderung in der Serre de Monchique, die Beispielwanderung 12 auf der Wanderwochenseite. Bei dieser sehr beeindruckenden Wanderung hat man fast ausschließlich einen Blick über die Hügellandschaft der Südküste der Algarve und weit hinaus aufs Meer. Aber auch sonst gibt es allerhand zu sehen. Wir wandern vom Vorjahr, dem höchsten Berg der Algarve, hinunter nach Kaldas Simonschik, einem ehemaligen Kurort und Grundstein der Entwicklung dieser Region. Hier auf den ersten Bildern sehen wir die Natur nach den Waldbränden 2017. Immer wieder stehen wir über eine Terrassenlandschaft und genießen diesen Anblick. Wie man hier bei den Eukalypten sehen kann, schlagen sie bereits kräftig wieder aus. Bereits nach gut drei Jahren ist hier wieder ein richtiger Wald nachgewachsen. Wir wandern direkt an Gehöften vorbei und können wieder einmal sehen, dass nichts weggeschmissen wird, was man unter Umständen noch gebrauchen kann. Wir befinden uns noch recht weit oben am Berg und haben dementsprechend immer noch diese wunderbare Aussicht. Kurze Zeit später begehen wir einen Weg, wo aus Kopfsteinpflaster Fahrspuren entstanden sind. Auch kommen wir an modernen Neubauten vorbei, die sicherlich an Touristen vermietet werden, denn bei so einer Aussicht kann man völlig entspannen und ein Gefühl von Urlaub stellt sich ein. Wir wandern weiter auf diesem geflasterten Weg bergab und freuen uns hier zu sein. Obwohl wir schon einige Höhenmeter bewältigt haben, haben wir immer noch eine Wahnsinns-Aussicht und befinden uns in einem Gebiet, wo man kaum einem Touristen begegnet. Die Stellen, wo das Feuer nicht gewütet hat, sind hier besonders auffällig. Wir sehen unbeschädigte Bäume und ein saftiges Grün inmitten einer sehr reizvollen Landschaft. Wir sind nun schon wieder etwas tiefer gewandert, aber befinden uns immer noch oberhalb der Hügellandschaft, die uns zu Füßen liegt. Den gepflasterten Wanderweg haben wir bereits verlassen und sehen nun vermehrt alte Bauernhäuser mit ihren Terrassen, die verstreut an den Hängen gebaut wurden. Olivenbäume, Korkeichen, Zitronen, Mandarinen und Orangenbäume sind auf den Grundstücken zu sehen. Viele haben ihr altes Bauernhaus bereits modernisiert und leben nicht mehr so, wie vor 30 Jahren noch ihre Eltern. Zu unserem Glück mit dem herrlichen Wetter kam noch hinzu, dass wir einen Esel am Wegesrand antrafen, der dort genüsslich am Grasen war und uns neugierig gemustert hat. Diese Stelle mit dem herrlichen Korkeichenwald nutzen wir zu einer ausgiebigen Pause. Wir wandern weiter bergab, ständig ändern sich die Perspektiven und wir genießen, was wir sehen und wo wir sind. Terrassenfelder, die wir vorhin noch von weiter oben gesehen haben, sehen wir nun von unterhalb und bestaunen diese mächtigen Natursteinmauern. Wenn man sich überlegt, dass die meisten dieser Terrassenmauern schon hunderte Jahre alt sind und dass sie in Handarbeit mit einfachsten Mitteln und Werkzeugen hergestellt wurden, dann bekommt man Respekt vor dem, was da geleistet wurde. So langsam gelangen wir in eines der Täler dieser Hügellandschaft und sehen nun erneut, aber diesmal aus dem Tal heraus, Häuser und Terrassen, die an den steilen Berghängen erbaut wurden. Wir wandern direkt vor der Haustür eines ehemaligen Bauernhauses vorbei, weiter zwischen den Hügeln durch Gartenanlagen mit den verschiedensten Obst- und Zitrusbäumen. Nachdem wir eine Hauptstraße erreicht haben, konnten wir unter wunderbaren Korkeichen eine Korkhalde sehen, wo später auch Flaschenkorken daraus hergestellt werden. Auf sehr alten, ursprünglichen Wegen, die aber passend zur heutigen Zeit geteert sind, wandern wir an einigen Häusern vorbei in ein unbewohntes Gebiet, wo wieder der Eukalyptus vorherrscht. Dieser große Hund hatte sich weiter oben am Berg wohl von seiner Kette befreit und begleitete uns nun schon einige Kilometer. Die letzten Kilometer wandern wir auf breiten Wanderwegen durch Zistrosen und Eukalypten unserem Ziel Kaldas- und Monchik entgegen. Auch hier haben wir wieder eine tolle Aussicht, können gerade noch über die Hügel schauen und das Meer sehen. Kaldas- und Monchik kommt in Sicht. Doch bevor wir unser Ziel erreichen, wandern wir noch einmal bergab durch das Tal und auf der anderen Seite wieder bergauf. Gut gelaunt und zufrieden mit dem, was wir geleistet haben, erreichen wir die Parkanlage von Kaldas- und Monchik und beenden die Wanderung an der Taverne neben dem Steinbackofen. Ich hoffe, euch hiermit einen kleinen Vorgeschmack gegeben zu haben, was euch bei dieser Wanderung erwartet. Falls ihr interessiert seid, wie die anderen Wanderungen aussehen, die ich anbiete, dann solltet ihr euch die nächsten Wanderwochenvideos anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Und wenn ihr mehr zur Algarve wissen möchtet, dann solltet ihr ruhig mal auf meinem Blog vorbeischauen. Denn dort findet ihr Tipps, Wissenswertes und Wichtiges für euren Portugal-Algarve-Urlaub. Zum Beispiel unter dem Menüpunkt Portugal Reisetipps, weiter unten auf der Seite der Artikel zum Straßenverkehr. Wie verhält man sich in einem zweispurigen Kreisverkehr richtig? Über ein Liken würde ich mich ebenso freuen, wie ein Teilen auf Facebook, Google oder den anderen sozialen Netzwerken. Und vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich bei einer meiner geführten Wanderungen kennen. Also dann, bis demnächst, euer Uwe Chemionek.